Heute kocht nicht der Jörgi, heute kocht die Oma. Für unser leckeres Bauernfrühstück brauchen wir ein bisschen Speck. Das lassen wir schön anbraten, den Speck. Rühren den ein bisschen, damit er schön ein bisschen braun wird. Schaut mal, wie das schon wurzelt. Mh, das sieht ja schon einmal gut aus, der Speck, ne? Also wie gesagt, Speck gehört am Bauernfrühstück. Das ist das A und das O. Oh, seht ihr, wie das schon schön schnurzelt, ne? Seht ihr, das sieht schon mal gut aus. Und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir die Kartoffeln rein. Da könnt ihr nach Belieben nehmen, wie ihr möchtet. Aber ich habe hier schon welche geschnitten und die mache ich jetzt in der Pfanne. Jetzt lasse ich das ein bisschen durchbraten, damit das so ein bisschen schön und so ein bisschen kross aussieht. Seht ihr? Das vermisse ich jetzt mit dem Speck. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Kartoffeln schön braun bekommen, ne? Ach, was glaubt ihr, wie das schmeckt? Oh, wisst ihr was? Wir machen jetzt noch ein bisschen Pfeffer ran. Dann mache ich noch ein bisschen Salz ran, damit das auch so ein bisschen schön kräftig lecker schmeckt, ne? Also Pfeffer gehört vor allen Dingen überall ein bisschen ran, ne? Schaut mal, wie das schon gut aussieht. Aber noch müssen die ein bisschen brutzeln. Und wie gesagt, die Kartoffeln habe ich mir vorher gekocht, habe sie ein bisschen abkühlen lassen. Und vor allen Dingen müssen es festkochende Kartoffeln sind, dass die nicht so zerfallen in der Pfanne. So, ihr seht ja, meine Bratkartoffeln sehen schon gut aus. Jetzt mache ich noch ein paar Zwiebelwürfel rein. Lass das noch ein bisschen durchziehen. Denn die Zwiebel, die machen erst den Geschmack. Das schmeckt so richtig herzhaft. Dann so mit dem Speck vermischt. Mh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, wir auch. Tim, was meinst du? Oh, das sieht schon wirklich sehr lecker aus. Oh, möchtest du das nachher essen? Auf jeden Fall, ich habe schon richtig Hunger. Mh, ich sage es dir. Vielleicht teilen wir uns das auch. Das riecht so gut. Ja, ja. Ich bekomme auch Appetit. Oh Mann, du, weißt du was? Jetzt ist das schön durch. Jetzt schiebe ich die Pfanne beiseite. Jetzt nehme ich die andere Pfanne. Lass das heiß werden. So, nun habe ich mir drei Eier geschlagen. Ein bisschen Salz daran. Das Öl ist auch schon heiß in der Pfanne. Und jetzt, seht ihr, jetzt kippe ich das Ei rein. Damit das auch überall hinkommt. Schongliere ich es ein bisschen. So, jetzt lasse ich das ein bisschen heiß werden, bis es ein bisschen fester wird in der Pfanne. Die Pfanne ist heiß. Die Pfanne ist heiß. So, nun machen wir die Bratkartoffeln rauf. So viel wir möchten. Schaut mal, ein bisschen bleibt über. Das stellen wir beiseite. Das esse ich nachher gleich aus der Pfanne. Ich glaube, das ist jetzt schwuppig. Jetzt nehme ich den Teller und schwupp. Seht ihr? Da ist das Bauernfrühstück. So, und jetzt kommen wir zum Anrichten. Damit es auch ein bisschen schön, ein bisschen fürs Auge aussieht. Schaut mal, wie das schon gut aus. Mh, das sieht aber fein aus. Ich habe ein bisschen mehr geschnitten. Wenn wir nicht alles nehmen, dann lassen wir ein bisschen zurück. Hier habe ich Gewürzgurke. Die lege ich auch noch ein bisschen schön an. Mh, was meint ihr, wie herzhaft das schmeckt, eine Gewürzgurke? Man kann auch grüne Gurke nehmen. Aber ich bevorzuge lieber eine schöne Gewürzgurke. Schaut ihr? So haben wir genug. Und was macht die Oma noch? Die Oma macht auch noch ein paar schöne Kräuter darauf. Mh, zum Anbeißen. So, die Oma Christel wünscht euch einen guten Appetit. So, die Oma Christel wünscht euch einen guten Appetit. So, die Oma Christel wünscht euch einen guten Appetit. So, die Oma Christel wünscht euch einen guten Appetit.